Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Ich sitze hier im Restaurant des Hotel Madreus. Richtig traumhaft, mit Raufen am Fenster, draussen Livemusik. Unten die Terrasse mit den Feuerstellen, super toller Ausblick. Golfhaus gegenüber, Richtung Meran runter und die Berge hinaus. Dann unten die komplette Liegewiese mit dem Pool. Also dick, herrlich, traumhaft, kann ich einfach jedem sehr, sehr empfehlen. Hier ein Blick ins Restaurant rein. Ja, in diesem Sinne, einen wunderschönen Abend und ich hoffe, Sie genießen Ihr Leben genauso wie ich auch. Ich gehe noch mal kurz mit Ihnen raus. Richtig schön, jeden Abend läuft Musik. Der Pool ist bereits zugedeckt. Unten haben wir die Liegewiese, den Buddha mit der Eventzone, dem Naturleideteich und vor allem genügend Liegestür für alle Gäste. Alle Zimmer, Südseite. Und da hinten haben wir den wunderschönen Pavillon für Meditationen. Hier der privater Spa-Bereich mit Jacuzzi. Also sehr, 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 sehr sinnvoll. Für mich eines der schönsten Äußer weit und breit. Einen Stock tiefer haben wir die Beauty. Drüben haben wir den Kräuterwildgarten. Oberhalb haben wir die Fenrisplätze. Und mitten im Goldplatz gelegen. Ja, in diesem Sinne. Vielleicht sehen wir uns ja mal in Andréos. Schönen Abend. Bye-bye. Tschüss. Ah, hier kommt ein guter Wein. Was haben wir da schönes? Grüß dich. Einen schönen, auslössigen Muscat, oder nicht? Cheetah. Das hört sich gut an. Wie viele Äpfel hat der Wein? Wie viel? Volumen? Ja. Das müsste er, was man hier beschrieben, mit neuem Volumen. Okay. Ja, sehr schön. Da freue ich mich drauf. Danke dir. Danke dir.